Herzlich Willkommen! Fasching Samstag ist heute. Mal schauen, wer am Ende besser lachen hat. 40 Bundesligaspiele insgesamt, 16 Spiele für St. Pölten in der 2. Liga. Dedic, Dedic, Rostad von Kofla. Stacke Reaktion vom ERC-Schlussmann. Stoppelpass mit Weismann, Stangepass auf Dieng und der schießt da Natsche an. Ja, aber der Arm hat da oben von Soares nichts zu suchen. Also, da soll natürlich Meierhofer, wenn es geht, weggesperrt werden von Svoboda. Und das ist das Tor von Svoboda. Jetzt zählt für ihn dieser Treffer tatsächlich. Und ich höre immer noch die Stimme von Thomas Silberberger vor dem Spiel. Sehr entscheidend werden die Standards sein heute in diesem Spiel. Dann geht kurz zu Boden. Weismann alleine auf sich gestellt vorne. Muss warten, bis Spieler nachrücken. Schmitz. So, Lindl. Zu hoch. Wo man ihn dann eben von hinten mit hohen Bällen anspielen kann. Und Dedic ist vorne. Kein Abseits, kein Abseits. Novak hinter ihm. Dedic, Dedic, Dedic macht das 2 zu 0. Ein Konter wie aus dem Bilderbuch. Dic mit seiner Klasse. Siebente Saisontour. Sind bereits in der Nachspielzeit. Schmidt. Schmidt. Guter. Guter Haken. Dann kommt er etwas in Rücklage. Schau dir drum. Alles vorne. Alles vorne. Alles vorne. Lindl. Auf der Linie gerettet. Kopfball von Gollner. Schmitz. Sehr fair. Bleibt nicht liegen. Sondern kämpft um den Ball. Gollner. Alexander Schmitz. Weit geht. Yeah. Er kann doch schießen. Mario Leitgepp. Aber heute ein 2 zu 0 Sieg.